Liebe Zuschauer, mit einem kleinen Update zu den Vibrationstrainern geht es jetzt hier weiter bei uns. Die sind so beliebt bei Ihnen. Es ist aber auch ein tolles Produkt. Die Vibrationstrainer, um sich fit zu halten, um sich ein bisschen beweglicher zu machen, um vielleicht das ein oder andere Kilo zu verlieren, je nachdem wie da Ihre Ziele sind. Diese Vibrationstrainer, mit nur 10 Minuten Training pro Tag, kann man sein Ziel erreichen. Und wir haben ja eine große Auswahl von Vibrationstrainern hier bei uns im Programm. Ganz viele unterschiedliche Modelle, aber die meisten sind leider ausverkauft. Ich habe jetzt hier nochmal einige Modelle aufgebaut und möchte Ihnen in dieser Sendung nochmal genau zeigen, wann welches Modell wieder lieferbar ist, beziehungsweise welche Modelle Sie auch gleich noch bekommen können, wo wir gerade eine Lieferung haben, welches dann auch innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause sein kann. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt sofort mit dem Vibrationstraining loslegen, ich möchte gleich was für meinen Körper tun, für meine Fitness, ich möchte gleich meine Ziele umsetzen, dann kann es dann natürlich auch sofort losgehen. Wir beginnen mit unserem beliebtesten Vibrationstrainer hier bei uns im Programm. Und das ist auch so ein bisschen der Preis-Leistungs-Sieger. Und er steht hier an der Seite, Sie sehen es schon eingeblendet, 123,41 Euro. Das ist natürlich ein fantastischer Preis für einen Vibrationstrainer. Sie haben vielleicht schon mal gesehen, vergleichbare Modelle. Genau dieses Modell sieht man auch sehr, sehr häufig bei der Konkurrenz, wenn Sie das schon mal so ein bisschen durchgesappt haben. Das tut man ja auch ab und zu mal. Ich gebe das auch offen zu. Ich mache das ja auch. Ich schalte dann so ein bisschen durch. Und dann sieht man dieses Modell ganz, ganz häufig. 99 Vibrationsstufen. Das hat bei der Konkurrenz eine andere Färbung. Das sieht da so ein bisschen orange-rot aus. Hat aber auch die 99 Vibrationsstufen. Hat auch die Fernbedienung und die Trainingsexpander für die Arme mit dabei. Das liegt da um die 400 Euro bei denen. Bei uns hier, aufgrund der großen Stückzahl, die wir hier rausgeben, aufgrund der großen Stückzahl, die wir auch bestellen, können wir Ihnen zu Hause, unseren Pearl-TV-Kunden, Ihnen jetzt persönlich einen Preis von 123,41 Euro anbieten. Ist aber sehr beliebt, das Gerät. Deshalb müssen Sie bitte vorbestellen. Die nächste Lieferung, und das sehen Sie jetzt auch eingeblendet, wir haben es hier extra nochmal aufgeschrieben, kommt am 25.08. Und wenn Sie sagen, Sie möchten wirklich ein super Gerät, das sehr, sehr preisgünstig ist, bei 123,41 Euro, dann bitte jetzt vorbestellen. Sichern Sie sich diesen Preis, das ist ganz wichtig. Und wenn Sie bei dieser Lieferung dann auch dabei sein möchten, am 25.08., dann bitte jetzt gleich in die Leitung gehen und hier vorbestellen, damit Sie dann wirklich auch da in der Lieferung mit dabei sind. Weil wir liefern nach Bestelleingang aus. Das heißt, wer jetzt noch direkt bestellt, bekommt dann auch sein Gerät aus dieser Lieferung heraus. Und den Preis haben Sie sich natürlich mit Ihrer Vorbestellung jetzt dann auch gesichert. Sie sehen, Gerät einfach einschalten. Das geht ganz komfortabel hier vorne am Display. Sie haben eine Timer-Funktion mit dabei. Das Gerät läuft die gewünschte Zeit. Wir empfehlen immer 10 Minuten Vibrationstraining pro Tag. Und 10 Minuten, das hört sich unglaublich kurz an. Man denkt immer, 10 Minuten Training pro Tag. Normalerweise denkt man doch immer, ach, ich muss in einem Fitnessstudio mindestens eine Stunde oder zwei Stunden trainieren. Nein, Vibrationstraining ist so effektiv, dass 10 Minuten pro Tag wirklich vollkommen ausreichen. Und dieser Timer, der hier verbaut ist in diesen Geräten, der ist auch voreingestellt auf 10 Minuten. Wenn Sie richtig gut sind dann, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, können Sie ruhig sogar mal 15 Minuten machen, wenn Sie möchten. Aber normal reichen 10 Minuten völlig aus. Und Sie haben dann die Fernbedienung auch im Lieferumfang mit dabei und können das Gerät selbstverständlich auch perfekt von oben aus steuern. 99 Frequenzstufen, die Sie einstellen können. Also auch mal schön hochschalten, wenn Sie das möchten. Aber fangen Sie bitte klein an. Das ist ganz wichtig. Erst klein anfangen und dann im Verlauf schön hochschalten. Sie sehen, Sie haben die Trainingsexpander mit dabei. Sie können da sehr gut dann die Balance halten am Anfang mit den Trainingsexpandern. Sie können sich da sehr schön festhalten. Wichtig ist immer, dass Sie in der Grundposition stehen, also schulterbreit die Beine aufstellen, die Knie leicht gebeugt und dann eine leichte Spannung auf den Körper bringen. Und das ist schon die Grundposition. Und hier kommen schon die ersten Kundenbeiträge rein von Kunden, die das Gerät schon bestellt haben. Haben Sie es gerade gelesen? Da hat der Kunde aus Essen geschrieben, die Beine, die Füße sind schon viel beweglicher geworden. Gerade für auch ältere Menschen. Und das ist ganz wichtig beim Vibrationstraining. Das Vibrationstraining ist für jedes Alter bestens geeignet. Also für jüngere Menschen zum Beispiel, die vielleicht sagen, ich möchte wirklich da intensiv trainieren, meinen Körper formen, die Muskeln stärken. Für die ist Vibrationstraining toll geeignet zur Unterstützung. Man sieht das ja auch bei vielen Stars und Sternchen. Haben Sie vielleicht auch schon mal in den Klatschmagazinen gelesen. Die haben ja auch nicht viel Zeit, die trainieren ja auch oft mit Vibrationstrainern. Aber dann natürlich auch in der Physiotherapie werden Vibrationstrainer häufig eingesetzt. Und natürlich auch gerade für ältere Menschen. Weil das Vibrationstraining ein sehr gelenkschonendes Training ist. Und es halt für jedes Alter wirklich wunderbar einzusetzen ist. Man steht hier ganz entspannt auf diesen Geräten. Man muss gar nicht viel machen, außer halt die Knie leicht beugen. Und dann den Bauch ein bisschen anspannen, den Popo ein bisschen anspannen. Und schön auf dem Gerät halten. Das war es schon. Sie müssen jetzt nur ganz schnell vorbestellen, wenn Sie dieses Gerät haben wollen. 123,41 Euro. Da bitte jetzt in die Leitung gehen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da und nehmen da Ihre Vorbestellungen direkt auf. Die NX 72 56 569, Ihre Bestellnummer. Am 25.08. kommt die nächste Lieferung. Und das ist die letzte Lieferung vor November. Deshalb, da müssen Sie mit dabei sein. Auch die Presse war hier total begeistert von diesem Gerät. Wir haben ganz viele tolle Presseauszeichnungen bekommen, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal hier. Ein Testurteil. 4,5 von 5 Sternen. Ein effektives Training für den ganzen Körper bietet dieses tolle Trainingsgerät. Ja, das sage ich ja. Und das in jedem Alter. Also fangen Sie mit Vibrationstraining an. Legen Sie los. Ich zeige Ihnen jetzt hier in dieser Sendung nochmal alle Vibrationsplatten. Und Sie entscheiden sich direkt für das passende Modell. Denn ich habe heute wirklich für jeden das passende Modell mit da. Sie müssen bei unserem Preis-Leistungssieger für 123,41 Euro bitte vorbestellen. Das nächste Modell, das ich hier habe, da müssen Sie auch noch vorbestellen. Da sehen Sie es auch eingeblendet. Da kommt die nächste Lieferung am 11.08. Auch das haben wir für Sie hier nochmal festgehalten. Auch das ist ein sehr, sehr beliebtes Modell. Nennen wir immer liebevoll unseren kleinen Schmetterling. Der 11.08. ist hier das avisierte Lieferdatum. Auch hier bitte vorbestellen. Der Preis, den wir hier für Sie haben, 189,90 Euro. Dieses Modell ist ganz spannend, weil man hier mit einer Fernbedienung, und zwar vom Handgelenk aus, steuert. Sie sehen das? Das sieht so aus. Ist wie so ein kleiner Armreif. Und den macht man einfach dann einmal an sein Handgelenk. Das ist auch ganz weich und angenehm gestaltet. Und da kann ich jetzt hier das Gerät dann steuern. Das mache ich einmal dann einfach an. Und dann beginnt es sofort mit der Vibration. Und wir sehen jetzt hier sehr schön auf dem Display, und das ist hier bei diesem Gerät wirklich ganz, ganz spannend gemacht, einmal die Distanz, die man schon zurückgelegt hat. Dann sehe ich hier die Geschwindigkeit, in der die Vibration gerade arbeitet. Und da habe ich hier 20 Vibrationsstufen. Aber, und das ist hier ganz toll, ich sehe auch die Kalorien, die ich schon verbraucht habe. Also ich sehe direkt, wie viele Kalorien habe ich bei meinem Training schon verbraucht. Und natürlich die Trainingszeit, die dann hier auch mit angezeigt wird. Also da kann man wunderbar loslegen. Ist super beliebt, das Gerät, weil es halt diese praktische Längsfernbedienung mit dabei hat. Und es hat halt diese große gummierte Vibrationsplatte. Vom Prinzip her dasselbe. Also Sie stellen sich auch hier wieder ganz einfach auf die Vibrationsplatte drauf. Wichtig ist immer in der Grundposition ganz leicht diese gebeugten Knie. Dann den Bauch so ein bisschen ranziehen, den Popo hinten so ein bisschen fest. Und dann einen schönen Stand. Sie können jetzt, wenn Sie in dieser Grundposition stehen, dementsprechend natürlich auch schön variieren. Und können dann da auch noch zum Beispiel mit Handeln arbeiten, wenn Sie möchten. Sie könnten noch in den Übungen ein bisschen variieren, wenn Sie möchten. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht alles. Wichtig auch hier bitte vorbestellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend vorbestellen, dass Sie auch hier dann ein ganz tolles Ergebnis erzielen. Deshalb direkt in die Leitung gehen. 189,91 Euro hier für Sie der Preis. Das ist einfach traumhaft, muss man sagen. Hier sehen wir es auch noch mal. Sie müssen sich nicht mal unbedingt umziehen bei diesem tollen Vibrationstraining. Ja, ich bin natürlich jetzt für Sie umgezogen, weil ich hier Ihnen mehrere Geräte vorstelle. Aber Sie müssten theoretisch gar nicht mal Sportsachen anziehen. Sie könnten ganz normal in Ihrer Straßenkleidung bleiben. Wir sehen es auch hier gerade, Sie könnten einfach Ihr ganz normales Morgens zum Beispiel in Pyjama anlassen. Sie könnten zum Beispiel auch einfach Ihre Jeanshose anlassen. Sie können sich auch barfuß draufstellen oder einfach mit Socken. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Also wie Sie das möchten im Endeffekt. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl. Weil das ist das Wichtigste, glaube ich, dass es einem Spaß macht und dass man sich wohl mit dem Gerät fühlt. Und da ist ein Vibrationstrainer sehr, sehr sinnvoll. Ich habe das so gemerkt, vielleicht kennen Sie das auch, man geht ungern in ein Fitnessstudio. Und bei mir war das so, ich habe mich in einem Fitnessstudio immer sehr, sehr unwohl gefühlt. Und ich trainiere zum Beispiel am liebsten zu Hause. Und vielleicht ist das ja bei Ihnen auch so. Da ist man einfach in seinem gewohnten Umfeld. Und mit einem Vibrationstrainer, da ist man zu Hause in seinem Wohnzimmer, da ist man in seinem gemütlichen Umfeld. Man kann sich entspannt den Fernseher dazu anmachen. Und man kann zu der Zeit trainieren, wenn man trainieren möchte. Und das haben Sie dann. Sie können sich da morgens draufstellen oder mittags oder nachmittags oder abends. Einfach draufstellen, wann Sie es möchten. Ihnen schaut keiner dabei zu. Und Sie sind in Ihrem gewohnten Umfeld. Und das ist das Wichtigste. Dann wird es Ihnen automatisch Spaß machen. Sie haben dann Freude daran. Sie fühlen sich richtig wohl. Ihnen geht es gut dabei. Und dann kommen auch ganz schnell die Erfolge. Sie merken das. Also am Anfang die Grundposition, dieses Stehen. Knie leicht gebeugt, ganz wichtig. Den Bauch so ein bisschen reinziehen, den Popo hinten fest. Und wenn Sie sich dann ein bisschen trauen, wenn Sie ein bisschen mutiger werden, so nach vielleicht einer Woche, zwei Wochen, können Sie auch mal versuchen, ein bisschen Kniebeuge zum Beispiel zu machen. Sie können Handeln, ganz leichter Handeln mitnehmen ins Training. Und es gibt da eine Vielzahl von Übungen, die Sie auch noch auf diesen Trainingsgeräten machen können. Ja, legen Sie los. Zehn Minuten pro Tag. Überlegen Sie mal, das ist so wenig Zeit. Ja, wenn Sie da zum Beispiel eh täglich Ihre Lieblingsserie sehen oder wenn Sie täglich dann auch die Nachrichten schauen, ja, dann haben Sie, bevor der Wetterbericht quasi bei den Nachrichten anfängt, schon die Möglichkeit, hier Ihr Training absolviert zu haben. Und hier schreibt gerade ein Kunde aus Rodenbach, der schreibt, nicht übertreiben, gibt Muskelkater. Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Vielen Dank übrigens nochmal für Ihre Bestellung und Ihre Kundenbeiträge. Da wird schon fleißig getrainiert und gearbeitet von den Kunden, die Ihre Geräte da schon bekommen haben. Ja, wenn man das zu stark macht, fangen Sie bitte mit einer kleinen Vibrationsstufe an. Es sieht immer so leicht aus, Vibrationstraining, aber es ist sehr, sehr effektiv und soll ja auch effektiv sein. Sie möchten ja dann auch Ihre Ziele verwirklichen. Sie möchten natürlich dann auch ein bisschen was umsetzen. Vielleicht möchten Sie die Muskulaturen ein bisschen stärken. Sie möchten Muskeln aufbauen. Vielleicht ist es auch Ihr Ziel, einfach ein bisschen beweglicher zu werden. Ja, gerade wenn Sie vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ich habe auch mit vielen trainiert, die wirklich über 70 waren schon, die gesagt haben, ich möchte einfach wieder was machen, möchte wieder ins Training reinkommen. Da ist es natürlich ganz toll, wenn man sich ein bisschen besser bücken kann, wenn man wieder besser runterkommen kann, einfach ein bisschen beweglicher werden kann. Und das geht auch mit dem Vibrationstraining. Oder dann natürlich, wenn man ein bisschen mehr Gewicht auch mit sich bringt, einfach wieder ins Training einzusteigen und dann auch Gewicht zu reduzieren, Kilos zu reduzieren. Und auch das geht mit dem Vibrationstraining unglaublich schnell. Das werden Sie merken, wenn Sie das regelmäßig dann 10 Minuten pro Tag machen. Achten Sie auch ein bisschen auf die Ernährung, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Proteine und dann 10 Minuten Vibrationstraining pro Tag. Sie erreichen Ihre Ziele dann ganz, ganz sicher, ja, wenn Sie das machen. Und hier jetzt der nächste Vibrationstrainer für Sie. Da habe ich richtig gute Nachrichten, ja. Schauen Sie mal, der ist lieferbar. Und das ist der beliebteste mit, der ist auch super effektiv. Also wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so richtig Blut geleckt, Sie wollen was für Ihren Körper tun, Sie möchten da jetzt anfangen, der ist lieferbar, dann bestellen Sie den jetzt gleich. Weil der hat zwei Vibrationsarten, die kann man kombinieren. Deshalb ist er auch so unglaublich effektiv. Mit diesem Vibrationstrainer hat Ralf über 30 Kilo abgenommen, ja. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das ist ein super Modell. Zwei Vibrationsarten, ich zeige Ihnen das mal. Und zwar haben wir hier einmal diese horizontale Vibration. Schauen Sie mal, zack, zack, zack. Da sieht man das sehr schön. Wenn ich da eine Wasserflasche drauf stelle, können Sie das auch sehr gut sehen. Das ist die erste Vibration. 15 Vibrationsstufen, das sieht man, glaube ich, sehr schön. Einmal so, zuck, 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 zuck. Hier die Vibration in der Platte. Aber wir haben auch noch eine zweite Vibration. Und die kann man, wenn ich jetzt die Wasserflasche hochnehme, einmal mit bloßem Auge gar nicht sehen. Schauen Sie mal, die schalte ich jetzt auch mal an. Die ist jetzt auf Stufe 5 an. Das sieht man gar nicht, dass da was passiert. Ich kann es nur spüren. Aber wenn ich jetzt die Wasserflasche drauf stelle, schauen Sie mal, was dann passiert, dann sieht man, dass da trotzdem eine Vibration in der Platte stattfindet. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das Wasser kochen würde. Da ist so eine kleine Vibration in der Flasche drin quasi. Sehen Sie das, was da mit dem Wasser passiert? Das sieht so ein bisschen aus, als ob das quasi kocht. Und diese zwei Vibrationsstufen, diese Arten, werden jetzt hier, schauen Sie mal, kombiniert. Und das ist jetzt der tolle Effekt, den man hier hat. Kombination von diesen zwei Vibrationsarten. Und das ist natürlich das, was jetzt hier spannend ist. Weil wenn man das jetzt so kombiniert auf den Körper, dann wird die Muskulatur noch besser angesprochen. Und das ist jetzt nicht nur die oberflächliche Muskulatur, die angesprochen wird, sondern mit diesem Vibrationstrainer hier, mit diesen zwei Vibrationsarten, kann auch die Tiefenmuskulatur mit angesprochen werden. Das ist genau das Richtige. Damit legen wir jetzt los. Auch hier haben wir die Trainingsexpander im Lieferumfang mit dabei. Und wir haben auch hier eine Fernbedienung für Sie im Lieferumfang mit dabei. Das heißt, Sie können das Gerät dann auch von oben, von der Platte aus steuern. Timer ist auch hier voreingestellt auf 10 Minuten. Das heißt, Sie müssen gar nicht viel machen, außer jetzt bestellen, damit der dann auch gleich in zwei bis drei Tagen bei Ihnen ist, damit es dann losgehen kann. Draufstellen auf das Gerät. Sie haben die Trainingsexpander mit dabei, um natürlich einmal das Gleichgewicht zu halten. Aber gerade dann auch im Verlauf, wenn Sie sagen, Sie möchten die Arme ein bisschen mittrainieren, ist das überhaupt kein Problem. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, dann die Arme dementsprechend mit zu trainieren. Und dann auch hier, Sie sehen schon, wie diese Vibration auf den Körper wirkt. Draufstellen am Anfang wieder in der Grundposition. Also die Füße so circa schulterbreit auseinander, die Knie leicht gebeugt. Schöne Spannung aufbauen, das ist immer wichtig. Dass man den Bauch reinzieht und den Popo ein bisschen festmacht, damit man da auch ein tolles Ergebnis hat. Und dann schön stehen. Und dann können Sie versuchen, dann auch mal in die Knie zu gehen. Da ruhig die Arme so ein bisschen mitnehmen gerne. Das ist wunderbar. Und dann hat man tolle, tolle Ergebnisse. Und man merkt das im gesamten Körper, wie die Muskulatur arbeitet. Das Gerät jetzt ist lieferbar. 237,41 Euro. Greifen Sie dazu. Und tun Sie was für Ihre Gesundheit, für Ihren Körper, für Ihr Wohlbefinden. Gleich zugreifen. Und schauen Sie mal, zeige Ihnen das mal. Das ist hier der Bauch. Schauen Sie, das wird alles hart. Die Muskulatur spannt überall an. In den Beinen. Alles arbeitet da. Die ganze Muskulatur ist aktiv, ohne dass ich jetzt irgendwas tun kann. Und da schreibt gerade eine Kundin, 69 Jahre aus Dorsten, hat uns gerade geschrieben. Sie hat geschrieben, hier ganz tolle Erfolge mit dem Vibrationstrainer. Ja, vielen Dank für Ihre Bestellung. Es freut uns natürlich, wenn Sie da so tolle Fortschritte machen und so begeistert sind. 69 Jahre, ja, vielen Dank. Und mit einem Vibrationstrainer kann man sich auch toll entspannen. Das zeigen wir Ihnen jetzt hier auch noch mal, liebe Zuschauer. Ja, denn Sie haben ja auch Massagemöglichkeiten. Also da dann auch dementsprechend einfach mal draufsetzen und sich so ein bisschen massieren lassen. Sie können sich auch einen Stuhl dahinter stellen, zum Beispiel, unter dementsprechend einfach mal die Beine aufsetzen, sich so ein bisschen durchlockern lassen. Das ist auch kein Thema. Das geht auch, ja. Also Sie haben da auch viele, viele Möglichkeiten. Mit jedem unserer Vibrationstrainer, die ich Ihnen jetzt bisher gezeigt habe, kommt immer eine deutsche Bedienungsanleitung zu Ihnen nach Hause. Und in dieser Bedienungsanleitung werden zusätzlich auch noch mal einige Übungen, sowie auch Massageübungen und Entspannungsübungen gezeigt. Sie haben also das Rundum-Sorglust-Paket. Ansonsten können Sie natürlich auch gerne immer noch mal schreiben. Wir beantworten dann natürlich auch gerne die E-Mails, ja. Können mich auch auf Facebook einfach suchen oder anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Oder an redaktion.pearl.tv Und ich bin auch immer gespannt auf Ihre Erfolge, die Sie dann erzielt haben. Wir sehen ja auch immer unten die Kundenbeiträge dann eingeblendet von den Kunden, die hier schon bestellt haben und die so fleißig waren und die da wirklich schon tolle Erfolge erzielt haben. Da bin ich ganz, ganz stolz auf Sie, ja. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit den Vibrationstrainern. Das hier, das ist mein Modell. Das habe ich persönlich zu Hause. Das steht bei mir im Wohnzimmer. Das ist mein Vibrationstrainer, mit dem ich täglich zu Hause trainiere. Fast täglich, muss ich gestehen. Ich bin ja auch ab und zu hier im Studio dann aktiv. Und ich finde ihn super. Also wenn Sie den Platz haben, die Geräte, die ich bisher gezeigt habe. Oh, da sehen wir gerade ein Bild. Das ist bei mir zu Hause, liebe Zuschauer. Vielen Dank für die Einblendung. Das ist bei mir zu Hause. Das ist mein Wohnzimmer und da steht mein Vibrationstrainer. Ich habe den jetzt so ausgerichtet auf den Fernseher, sodass ich beim Vibrationstraining dann auch Fernsehen schauen kann. Und habe auch die Handeln mit dabei, immer auf dem Vibrationstrainer, wenn ich trainiere. Das macht mir dann sehr viel Spaß. Dann macht man den Fernseher an, dann vergeht die Zeit halt sehr viel schneller. Also meine Empfehlung wäre das, wenn Sie halt relativ wenig Platz zu Hause haben, wenn Sie sagen, Sie brauchen ein etwas kleineres, kompakteres Gerät, was Sie auch gut verstauen können, dann würde ich Ihnen selbstverständlich eins von den anderen Geräten empfehlen. Wenn Sie aber sagen, Sie haben wirklich den Platz und können da noch ein großes Gerät hinstellen und Sie stört das auch nicht, wenn das bei Ihnen im Wohnzimmer steht, dann würde ich sagen, bestellen Sie sich dieses Gerät. Also bei mir habe ich gesagt, macht nichts, das kann da ruhig im Wohnzimmer stehen. Auch wenn ein Besuch kommt, ist mir das ganz egal, das kann da stehen bleiben. Und deshalb habe ich dieses Gerät hier bei mir zu Hause. Und ich höre gerade, die NX 1104, liebe Zuschauer, ist jetzt schon begrenzt. Deshalb, wenn Sie den noch haben wollen, dann bitte ganz schnell in die Leitung gehen und zugreifen. Nicht mehr bis zum Ende der Sendung warten, sondern jetzt schon in die Leitung gehen und bestellen. Die NX 1104 und die 569. Das ist unser Vibrationstrainer mit den zwei Vibrationsarten, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da sind wir auf den allerletzten Stückzahlen. Da sehen wir Ihnen nochmal 237,41 Euro. Der TV-Sonderpreis für Sie. Dieses schwarze Modell mit den zwei Vibrationsarten jetzt momentan lieferbar. Der ist in zwei bis drei Tagen bei Ihnen zu Hause. Der ist jetzt schon begrenzt. Da wird gerade fleißig bestellt. Ja, aber jetzt die allerletzten Stückzahlen. Der wird bald ausverkauft sein. Also wenn Sie das Modell noch haben wollen, dann bitte gleich in die Leitung gehen. Ansonsten ist der komplett weg. Dann können wir da auch nichts mehr für Sie tun. Müssen Sie da leider auch vorbestellen. Deshalb gleich bitte bestellen. Nicht bis zum Ende der Sendung warten. Da ist dann der komplette Ausverkauf vorprogrammiert. Ui, 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 ui. Ja, Vibrationstraining. Ich sage es, das ist die Lösung. Da fühlt man sich auch so toll, wenn man das täglich zehn Minuten macht. Dieser Vibrationstrainer ein bisschen größer, hat aber einige Vorteile und ist halt so ein richtiges Profimodell, wie man es auch aus dem Fitnessstudio kennt oder auch von den Physiotherapeuten. Wir haben nämlich hier dieses großzügige Display. Da ist so ein richtiges Entertainment-Paket mit dabei mit Lautsprechern im oberen Teil. Da kann man jetzt zum Beispiel das Smartphone anschließen oder auch einen MP3-Player, wenn man das möchte. Und Sie sehen natürlich, wir haben hier auch die großen Haltegriffe. Die Haltegriffe geben sehr viel Sicherheit. Das ist natürlich für diejenigen unter Ihnen auch ganz schön, die sagen, ich möchte was zum Anfassen. Ich bin vielleicht auch schon ein bisschen älter. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Sie haben hier Pulsmesser in den Haltegriffen integriert. Da können Sie immer anfassen und dann wird vorne am Display dann auch immer dementsprechend der Puls angezeigt. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Wenn ich jetzt hier anfasse, Sie sehen, ich habe jetzt hier einen 90er, 92er Puls. 94, 96, wenn ich jetzt hier rede, dann geht der ein bisschen hoch. Aber der wird hier direkt im Display angezeigt. Da sehen Sie es direkt. Also wenn ich beide Pulsmesser umfasse, dann haben wir da direkt den Puls. Und Sie haben aber auch durch diese Haltegriffe eine größere Übungsvielfalt. Das war für mich auch ausschlaggebend, weil ich natürlich auch häufig mit dem Vibrationstrainer trainiere. Und durch diese Haltegriffe kann man auch Übungen machen, die man bei den anderen Geräten nicht so machen kann. Zum Beispiel sich so ein bisschen reinhängen in das Gerät, ja noch so ein paar Übungen, Stützübungen für den Puppe und so weiter. Deshalb, das geht auch mit diesem Gerät hier, ein richtiges Profimodell. Wir haben hier bei diesem Gerät 50 Vibrationsstufen. Ich zeige es Ihnen mal. Wenn man hier aufsteigt, schauen Sie mal, da hat man automatisch, ganz automatisch schon die richtige Position. Weil man umfasst ja die Haltegriffe. Und dadurch gerät man automatisch hier in diese richtige Position mit den Knien. Und da sehen wir auch noch mal hier Übungen für die Beinmuskulatur. Ich habe gerade von der Übungsvielfalt gesprochen. Da sehen Sie mal, was mit so einem Vibrationstrainer auch alles möglich ist. Also da haben Sie wirklich ganz, ganz tolle Übungen, die Sie da machen können. Sie können immer variieren, mal auf die Zehenspitzen gehen. Sie können sich hier in dieses Gerät auch mal so richtig reinhängen. Sie können sich eine Matte hinterlegen und dann halt so Übungen machen für die Beinmuskulatur. Hier auch mal so Ausfallschrittübungen zum Beispiel auf dem Vibrationstrainer, um den gesamten Körper hier zu trainieren. Generell kann man mit einem Vibrationstrainer über 90 Prozent der Muskeln im Körper ansprechen, wenn man möchte und damit effektiv trainiert. Man muss nur anfangen. Und dieses Gerät für 303,91 Euro ist halt so ein richtiges Profimodell mit den gesamten Extras. Timer-Funktion selbstverständlich mit dabei, 50 Vibrationsstufen, schon voreingestellte Programme mit dabei. Und da kann ich nur sagen, legen Sie los. Die 1107 und die 569, hier Ihre Bestellnummer. Und für den Preis, meine absolute Empfehlung, weil ich habe ihn ja zu Hause. Es macht unglaublich viel Spaß. Aber jetzt haben Sie einen kleinen Überblick bekommen über die Modelle, die wir momentan überhaupt noch haben beziehungsweise die jetzt auch vorbestellt werden können, weil sie bald wieder lieferbar sind. Deshalb mein Tipp ist wirklich, jetzt direkt vorbestellen beziehungsweise hier das Modell sofort zu bestellen. Die NX1104 und die 569, unglaublich beliebt gerade bei uns. Legen Sie los mit Vibrationstraining, tun Sie was für Ihren Körper. Und da? Untertitelung des ZDF, 2020